Es gibt eigentlich immer nur noch diesen einen, egal wie viele Liebschaften man vorher hatte oder vielleicht Liebschaften hinterher haben wird. Es gibt nur diesen einen, der will never be another you. Es gibt nur noch einen, der will never be another you. Es gibt nur die anderen Liebschaften, die ich mitbebebe. Aber sie werden nicht mehr, wie es sich zu tun hat. Ich habe eine Million, die ich mitbebe. Aber wie kann sie sein? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020